Hallo und willkommen zu Ko-Man und Ko-Man hat Generals und der dritten GBA-Messio. Dritten? Vierten? Oh shit. Zivilisten, die sich gegen die chinesischen und amerikanischen Aggressoren wehren möchten. Mit dem aufgebrachten Mob können wir unsere Feinde ablenken, während unsere Brüder die Stadt plündern. Ja, ja, ja. Whatever. Whatever. Nebba, Vot-Eva. Vot-Eva. Oh nein, die Bösen. Hm. Speichern. Mission Nummer 3. So. Wir haben in der Stadt einen Aufstand provoziert. Lenken Sie unsere Feinde mit dem aufgebrachten Mob ab. Okay. Plündern Sie die Stadt und treiben Sie die Tyrannen aus dem Land. Sammeln Sie 40.000 US-Dollar. Und lügen Sie die Stadt zerstören und plündern. Was eine Mission. Hallo, Brrrr. Lol, die Poli-Soi. Was, die Polizei hat UN-Geldpakete dabei? Sehr interessant. Den Geräusche, ja. Ich tue mein Bestes. Uh. Ist da mehr drin? Ne. Hm. Mensch, was ist denn hier los? Terrorist, yeah. Ein Spaß. Nein. Tod und Zerstörung. Äh. Miau. 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 Wie viele sollen wir sammeln? 40.000 US-Dollar. 40.000 US-Dollar. Da kommen die Gerufen. Oh, fuck. What? Da haben wir einen Trüber verlorent. Wir wollen nur Gerechtigkeit. Deswegen springt ihr euch in der Luft, ja. Das ist sehr logisch. Was brauchen wir für den Mob? Einen Palast, okay. Oh, schon gut. Ich werde arbeiten. Für den Palast brauchen wir einen Waffenhändler, okay. Ich vereile dich. Weiter geht's hier, Leute. Wir haben ja eine Stadt zu zerstören. Ah, dääh. Können die eigentlich auch um Rang steigen? Oh. Nein, mein Pöbel. Tötet sie. Wir haben einen Trüber verlorent. Oh nein, ein Flammenpanzer. Nein. Nein. Äh, wieso wird das blöd? Achso, okay. So. Nein. Achso, was wollte ich jetzt hier? Was? Achso, Palast muss ich jetzt bauen. Jo, das ist wohl so, oder? Wir werden uns fürchten. Oh, warte halt. Wir wollen nur Gerechtigkeit. Ich liebe Autos. Brrm, brrm, brrm. Ich werde sie nicht enttäuschen. Gleich habe ich's. Geil. Gleich bin ich da. Gleich bin ich da. Es geht los. Pfff, geil. Wir werden uns fürchten. Das macht doch irgendwie Bock. Oh, der Mob hat sich regeneriert, oder was? Das Auto ist verkabelt. Gut in der Kurbel. Verkörbelst. Die Amerikaner schlagen den Aufstand nieder. Wenn wir ihren Stützpunkt am Flughafen zerstören, rücken sie ab. Wenn unterwegs. Wenn unterwegs. Da ist mein Ziel. Die Aua. Oh, shit. Wir haben einen Ticker verloren. Oh, shit. Ich habe keine Defense. Unser Land wird bedroht. Tötet die... ...die... ...leute da. Jut. Jollah. Jollah. So, wir weiter. So. Nur ein Bauer. Wir haben einen Ticker verloren. Das Gebäude ist fertig. Oh, yeah. Oh, yeah. Deine Mutti. Wir brauchen das Geld für unsere Ziele. Wir haben einen Ticker verloren. So. So. Nummer zwei. Wir müssen vorsichtig sein. Oh. 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 Was ist denn hier jetzt eigentlich schon mal? Nein, Gottverdammt. Finde ich gut. So, was ist denn jetzt hier? Okay, du desablest mal den Tank da. Oh. Natürlich, der mit dem einen Stern geht da rein. Ich bin bereit. Wer ist das Ziel? Der ist da ungeschützt. Wir machen den GBA unter Grund, soll ich den Knochen? Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Psst, wir haben einen Krieger verloren. So. Und er bricht. Psst. Na, was nur ein bisschen doof ist, dass man den Mob irgendwie nicht in zivile Gebäude stecken kann, wie es scheint. Oh, was ist hier los? Gute Arbeit, General. Glückwunsch zur Beförderung. Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Wir haben einen Krieger verloren. Wer ist das Ziel? Will jemand mit? Legen wir los! Besorgen Sie mehr Geld. Wir sind fast am Ziel. Ach, Nanu. Ja, das macht Spaß. Jimmala! Jimmala! Vier. Uh. Spangstoff. Wir haben einen Krieger verloren. So. Feuer frei, Leute. Wir haben einen Krieger verloren. No. Attack. Wir haben einen Krieger verloren. Nö. Oh, Drachenpanzer. Normaler Panzer. Pff. Wie die down gehen. Wie die down gehen. Upgrade verfügbar. Wir haben einen Krieger verloren. What? 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 Dann kommen wir halt mal. Wir haben einen Krieger verloren. What? Hier schlagen Sie in die Flucht. Oh. Das war natürlich nicht sehr klug, da genau rein zu laufen. So. Ich hoffe, dass ich mal auf das Kackenhaus hier übernehmen kann. Geht mal hier hin, Mobbis. Oh. Geht mal hier hin, Mobbis. Ich glaube, da bin ich mit dem Mob schneller als mit einer so einer Rockhiddy. Wir haben einen Krieger verloren. Nur noch ein paar Dollar und wir haben es geschafft. Geht mal hier hin und heilt euch. Sollte doch heilen, wenn man dann in der Nähe ist, oder? Ja. Oder heilt das allgemein? Naja, ist ja egal. Speichern wir mal. Geben wir auch drei. Sporgen. Sporgen. Wir haben ja gleich wieder 40.000 zusammen. Die Moidi. Wir haben einen Krieger verloren. Oh. Da kommen die Grunsten. Ich finde, wir sind mit ihren Elite-Heunheuten. Oder Veteranen, ja gesagt. Und dann ist die Mission auch erledigt. Na, die war auch relativ, hm. Bam, 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 bam. Leel. 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 Okay, ich darf mich sagen, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.